alle Leute verlaufen hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen hier zu einem neuen live commentary auf meinem Kanal heute spielen wir einfach mal wieder eine Runde an Charter 3 live um anscheinend auf Anlage um ja die Klasse werde ich diese Klasse nehmen und dann würde ich sagen nur um Prozent Körner um es werden wollen aber wir können mal dies verspotten Dingsbums leveln und um jetzt wird die vielleicht noch ist noch kein quality ich dachte mir jetzt einfach ja super ich dachte jetzt einfach mal um noch mal schnell hinsetzen und nur ein leichter machen weil um ich habe zwei drei mal schon gefragt wurde der final war schloss dann kommen wir noch das Video also ich mir dachte ja komm jetzt jetzt noch eigentlich kurz Zeit denn bei mir haben jetzt auch vor kurzem also gestern die Ferien angefangen und ja eigentlich wollte ich halt erst das nächste Video machen wenn ich nur das Set Setup da aber das Setup vielleicht noch zwei drei Tage auf sich warten lässt mal sehen um nun kann ich halt mache ich jetzt doch noch mal ein Video um um auch heute noch dort machen wir das einfach mal um ich glaube dort Leute habe ich in meiner F L ne okay okay sind auch abgehauen haben diesen komischen Glitch da gemacht ähm ja die würde ich sagen die Leute muten waren ja also ein besonderer Anlass hat das Video jetzt nicht ich dachte einfach mal ich mache einfach nochmal ein Video zur Unterhaltung ich hatte zwischendurch schon mal ein Video drin mit meinem RealLife Bro Yannis wir haben zusammen seinen Astrof ausgezockt hat mir an sich auch ganz gut gefallen und ja den zwei drei Leuten die zu die das Video gesehen haben den zwar auch aber aber äh mir also von der Qualität her also das ich habe mit dem Stand Mikro das aufgenommen und das hat einfach sowas von gerauscht und da habe ich mir gedacht das kann man keine antun und ja da war ich mit meiner eigenen Arbeit nicht zufrieden und ja deswegen habe ich das Video wieder rausgenommen das ist ab und also wirklich das passiert mir ab und zu mal dass ich mit äh manchmal überhaupt nicht zufrieden bin und dann nehme ich es halt wieder raus äh das ist einfach so eigentlich sollte das äh also wir hatten eine Stunde also das war so ja das mit Jannis das Video was ich gemacht habe das war aus zu drei Teilen geteilt und insgesamt war es in knapp eine Stunde die wir dann live ähm ganz viele verschiedene Spiele gezockt haben die ich besitze also da haben wir ähm als erstes der Lasterfass dann haben wir ähm MW3 ja MW3 haben wir glaube ich gezockt und dann haben wir noch äh lass ich mich kurz überlegen äh was war dann noch dran äh Uncharted 3 genau also eigentlich ein schönes hier Sortiment sozusagen aber ja das hat mir einfach nicht so gefallen und dann habe ich jetzt die Aufnahmen wieder gelöscht ich hoffe ihr findet das nicht ganz so schlimm also klar ich glaube das wäre gar nicht mal hätte euch vielleicht auch ganz gut unterhalten und das echt mal recht lustig war und ja Jannis etwas sagen konnte wenn ich nichts gerade nicht sagen konnte keine Ahnung durch ähm Zweikampf oder so dadurch war halt überhaupt keine ähm ja Lehre im Video was eigentlich halt immer sehr gut ist würde ich behaupten den Kollegen holen wir da kurz weg ich muss mich auch ein bisschen zurückhalten da ähm ja die Gegner eigentlich ziemlich stark sind vom Level her und von der KD her ja man könnte jetzt natürlich wieder sagen okay da habe ich mich irgendwie veräppeln lassen man könnte es natürlich sagen KD ähm sagt nichts über ein Spiel aus aber da wissen glaube ich die meisten dass es auch gelogen ist ähm es gibt zwar die boosten die sich eine gute KD erboosten aber ich muss sagen es gibt auch noch sehr viele Leute die sich eine KD wirklich erspielen und ähm okay dann haben wir auch Dankeschön dass du mir den Schatz aufhebst wie auch immer du bist oder auch immer auch warst ja was war das denn schwer für Scheiße nämlich hier in der Schatzunge tötet mich doch das ist mein Schatz ja das war jetzt ein bisschen kack weil da irgendwie die jetzt um mich herum gespawnt sind kann man manchmal nichts machen wir haben es auch schon ein bisschen später und das hört man vielleicht da dann meine Stimme kratzt immer und später wird umso dunkler wird sie also so rauer so wirst du auf die dunkle Seite und so mein Spaß ähm ja ist irgendwie immer so ich weiß nicht warum aber naja ich hab mir auch schon mal überlegt dass ich vielleicht ähm mal ein Commentary mache wo ich ähm sehr ja mit Power in der Stimme also so ja eigentlich so rede ich halt normal so jetzt wenn ich jetzt hört so rede ich normal ey Junge hör auf da rum zu campen so rede ich normal auch mit meinen Friends und so ja so rede ich normal und ich kann natürlich auch mit ein bisschen Idan versuchen die ganze Zeit zu reden das ist natürlich für mich nicht ganz so einfach aber ich glaube das ist deutlicher für euch und da habe ich mir mal überlegt ob ich das nicht mal in einem Commentary mache und ihr mir mal sagen könnt ob das so besser ist aber so würde ich sagen rede ich einfach ganz normal und ja ähm ich hab dann das Battlefield 4 das Game habe ich und ich wollte mal fragen oh Gott ne das wollte ich nicht fragen ich wollte mal fragen wie das bei euch so aussieht ob ihr mal Battlefield 4 sehen wollt ob ich mal ohne Battlefield 4 zocken soll schreibt das bitte mal in die Kommentare das wäre mir sehr wichtig dazu da zu eure Meinung zu hören ja ja da gibt es dazu auch nichts zu sagen also schreibt es mal bitte in die Comments ja schön mit der Magnum der Typ wäre sowas von tot gewesen weil ich ihn sehr gut getroffen habe aber natürlich dreht er sich um und schießt mich mit der Magnum ab warum denn nicht ne also ja das wäre dann ach ja ich darf nicht vergessen zu spotten oh Hans Wurst ist gejoint das ist natürlich sehr cool ja Hans Wurst großlandig so Kollege oh mein Gott mein aim ok äh dann würde ich sagen spotten wir einfach mal so kackfrech über den ähm ja ich finde wenn man spottet und das hier also diesen Buster drin hat ist nicht das eigentlich voll ok wenn man spottet aber wenn Leute wirklich einfach nur spotten um keine Ahnung was die anderen zu ärgern oder so finde ich irgendwie schwachsinnig weil man dadurch macht man nicht macht man die Community sauer auf sich und ja dann wundert man sich warum man nachher beleidigt wird und so das finde ich irgendwie ein bisschen demnisch also ich finde ich sporte nicht wenn es nicht unbedingt sein muss tschüss und springt er runter geh mal lieber wieder GTA spielen Junge oh Gott das ist ja wie geil war das denn aber auf jeden Fall ich finde das spotten in Anshortet eigentlich wenn man jetzt nicht wie ich das hier level oder das drin hat für mich spotten einfach A7 irgendwie wenn ich persönlich muss nicht sein und ja manche Leute spotten einfach wenn es jetzt es gibt auch manche Leute die kennen meine Videos kennen mich als Person und die spotten über mich wie waren das letztens letztens habe ich was richtig habe ich richtig geile Leute getroffen um so die haben ich wurde ungefähr fünf oder sechs mal die Team gilt dann schreibe ich so den einen an also er hat mich geteamkilled und dann über mich high five gemacht so nahe ich so gefragt warum Team kill sagt er so ja du bist der von 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 dem zu verheiratet von YouTube ich wollte auch mal in deinem Video sein und er hat der Typ nicht geteamkilled damit der in meinem Video mehr Aufmerksamkeit bekommt das ist das ich bin von allen Wolken gefallen als das gehört habe ich dachte mir so was der Pfog so richtig so richtig OP dachte ich mir was geht denn ab mit dir was geht eigentlich ab mit dem Jungen aber naja so ganz böse bin ich jetzt dem auch nicht gewesen da ich meine Karte ist eigentlich nicht so ganz so wichtig finde muss ich einfach sagen um ich weiß dass ich jetzt nicht so eine gute Karte habe ich weiß gar nicht nur zwei keine Ahnung was äh 250 oder so vielleicht oder nicht ganz 250 weiß ich gerade nicht genau auf jeden Fall er ist jetzt nicht so die Bomben Karte aber ja ich spiele das Spiel das Spiel macht mir noch recht viel Spaß und auch das ist mir auch nicht so das was mir recht wichtig ist nicht ob ich jetzt eine 2 oder 3 Akadero natürlich ähm ist jetzt auch so wenn man jetzt z.B. anschaut ist wie ich jetzt schon recht lang beziehungsweise an Schade 3 ähm so ist hier geläftet wenn wenn es natürlich so ist dass ja man eigentlich alles hat man bis 11 um 70 vielleicht schon beim zweiten oder dritten Account ist man 75 Stern letztes Prestige und man weiß einfach nicht was man machen ähm machen soll dann ist natürlich so dass manche Leute sich die KD so setzen und sie sagen ich will jetzt zum Beispiel eine 2 Akadero spielen ähm das ist an sich nicht schlecht aber ich finde damit setzt man sich ein bisschen zu viel unter Druck muss ich sagen also ich hab das ja toll wie lange die Scheiße nachlädt ähm ich hab das damals auch mal gemacht bei meinem ersten Account da wollte also ich hatte da ja keine Ahnung 60.000 Kills hatte ich 60.000 irgendwo also ungefähr hatte ich ja schon ich hatte schon recht 4 Kills ich hatte aber halt eine recht KKD ich bin mir nicht ganz sicher ähm vielleicht eine oh ein geilen Furie vielleicht so eine 1 20er oder so also wirklich das war halt auch mein erst Account und ja da hatte ich noch keine Ahnung vom Spiel und so und stirb Dankeschön und ähm ja da ja toll toll gemacht um da ist das halt so dass man meistens die Schlechtdikadiert auf dem ersten Account es gibt wirklich wenig Leute die wirklich auf dem ersten Account eine gute KD gleich am Anfang haben ist wirklich so kann man auch mir nix sagen ähm wir haben alle mal angefangen wir haben alle mal schlecht angefangen und ja da ist das einfach mal so da wenn ich mich zurückgegangen auf ungefähr ein halbes Vierteljahr da war ich über sieben zu sieben glücklich und jetzt ähm ja ist zweier Quote eigentlich bei mir versucht das Standard manchmal ähm regt das Spiel auch über jetzt auf wenn ich einfach ich weiß nicht manchmal hab ich irgendwie ich weiß es nicht manchmal bin ich überhaupt nicht gut drauf und dann geht gar nix dann weiß ich nicht dann krieg ich nur Death vorhin war wieder so ne Runde da hatte ich irgendwie ähm zwei Anlagis ich glaub zwei Anlagis gehabt und zwei Stunden später oder anderthalb Stunden später hatte ich auf einmal wieder fast nur Empel also ich weiß woran es liegt aber ist bei mir ab und zu mal so ähm ja wir sollten jetzt wegrennen cool was wollen wir da nein 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 hilf mir doch mal mehr ach man guck mal hier das ist auch schon wieder geil von drei Leuten ja bin ich im Visier genommen worden weiß ich überhaupt nicht was ich machen soll wenn ich von drei Leuten ins Visier genommen werde ich könnte ja tanzen oder so aber das bringt ja auch nix das hier mit Feuern das war gar nicht mal so kacke das war noch recht cool ausgallers gewesen wenn ich noch gekillt hätte aber naja so habe ich ja ein Träger durch den Klick auch den Kiel bekommen ähm ja wieder von hinten der Scheißfeuerrat guckt euch an was Feuerratte wie gut Feuerrat eigentlich ist was wie die die Waffe verbessert das ist so abnormal okay da wusste ich jetzt nicht genau wenn ich abschießen soll aber das kann mal passieren weil ich behaupten nur mehr vielleicht auch nicht wie geht jetzt also nicht so die Gesprächsthemen aus um da auch ich guck gelohnt wurde eigentlich war gerade Duschen Dusche nach nachem Duschen bin ich eigentlich so immer gechilltert was einfach um ich setze mich denn schon auf dem Fußboden wir haben so eine selbstgemachte Dusche also ja wie sieht man selbstgemachte Dusche also mein Vater hat sich damals Platten gekauft hat mit einem Hammer zerschlagen und dann wir so ein Puls zusammengesetzt um die Beschränke Dusche hat sehr cool und hat auch warme Steinchen also wenn ich Dusche hat auch immer recht warm und dann setze ich mich schön unten auf dem Boden rauf und das ist immer richtig geil dann ist richtig gechillt irgendwie und ja dann bin ich immer so so frisch wisst ihr wie ich mein okay ich glaube wir sollten quitten weil wir irgendwo rein schauen glaube ich komm wir quitten einfach mal und suchen nochmal das soll übrigens was bringen wurde mir mal gesagt wenn man so richtig bin hat dann mach doch vom Drück und dann würde ich sagen grüße ich nochmal die Leute meiner Freundesliste fangen an dann fangen wir beim lieben Yannis an hier lieber Yannis das ist der Yannis der cool Yannis äh schreibt ihn doch gerne in der PN mit Hallo Yannis das freut ihn auf jeden Fall Felix 96 ähm ja auch ein YouTuber und natürlich so ein ja auch guter Kollege von mir Gruß an dich ähm ja du Pro alles so Leute die mit denen ich mal ab und zu zocke hier der Sasuke Feier nochmal ja auch ein sehr großen Gruß an dich große Gruß an dich große Gruß hört sich immer scheiße an aber egal das hier ist übrigens ähm ja ein ähm bekannter von mir mehr möchte zu nicht sagen weil ich weiß ob es okay ist auf jeden Fall ein Gruß an dich an ein Gruß an dich Mungo Mungo hier haben wir den lieben äh Julian oder Yohan äh Gegner sind naja ähm er hat auch einen Youtube Channel Gameplays heißt der dort aber ja vielleicht verlinke ich ihn wenn ich Bock hab ich wollte nochmal sowieso ein paar Leute verlinken aber ich hab's im Moment noch nicht also ich warte natürlich dass jeder also gleich die Chance hat verlinkt zu hören unter meinen Videos das wollte ich ja mal machen und deswegen warte ich noch ein bisschen bis ich halt genug Videos geschickt bekommen habe ja auch der Rest sei noch auch nochmal als Gruß ich kann euch jetzt nicht alle noch grüßen auf jeden Fall nochmal grüßen an dich Sennig und an euch auch hier natürlich das sind noch ein paar meiner ich glaub der größte ich glaub fast alle sind meine Abonnenten bloß es gibt halt relativ wenig Leute die auch ähm ja dauerhaft so gucken äh finde ich auch ja muss man auch nicht also das ist zum Beispiel bei mir so jetzt mal ein ganz kurzes Beispiel Peaksmeat ja also ich hab ich suchte Peaksmeat manchmal aus Langeweile und ähm ja dann guck ich's mal wieder nicht dann freu ich mich wieder über neue Themen die sie machen oder neue Spiele die sie spielen und vor allen Dingen den Hardy den guck ich ja extrem gerne Hardy war so damals als ich angefangen hab mein Vorbild ähm mit seiner Trollerei und so aber ich muss ganz ehrlich sagen klar Trollen ist lustig aber ja wie der andere sich geführt ist was anderes und dementsprechend hab ich damals mal aufgehört also hab ich dann aufgehört mit dem Trollen damals hab ich hier sehr viel getrollt muss ich ganz oft sagen ganz oft sagen ganz oft sagen Junge ganz ehrlich sagen ich hab damals sehr viel getrollt also alles wie ich wo ich irgendwie trollen konnte hab ich getrollt ähm also Master of Trolling ne also ähm sogar in Minecraft in einem friedlichen Spiel hab ich da mit Janus Erz und Haus gebaut und da war mir so langweilig und dann hab ich ihn angefangen mit meinem Bogen vom Dach zu schießen er war tot und war sauer auf mich ja also ich hab wirklich alles versucht irgendwie zu trollen aus Langeweile er ist ein richtiger böser Junge war ich damals ja und ich muss sagen ich hab irgendwie dann irgendwann ja es ist mir aufgefallen dass das irgendwie ein bisschen assi ist und ja seitdem hab ich relativ aufgehört zu trollen aber ihr könnt natürlich mal in die Comments schreiben ob ihr mal irgendwann eine letzte Trolle sehen wollt dann kann ich auch mal versuchen eine letzte Trolle zu machen aber ja da muss ich dann halt gucken wen ich trolle damit dass ich auch nicht irgendwelche Abonnenten oder so trolle am besten trolle ich irgendwelche Leute die den großen Fressen haben weil sonst kann ich einfach nicht ab und ja also falls mal ein letztes Trolle oder so haben wollt schreibt mir PN oder in die Comments das schadet auf jeden Fall nicht ähm nicht froh man hallo nicht vom Anbotskort wie geht es dir ich glaube er war so glücklich mich zu sehen dass welcher Start vor Freude so mein Gott ich bin für ihn ein auf den ähm ich muss ganz ehrlich sagen ich habe hier noch keinen Bekannten getroffen also ich kenne die alle eigentlich nicht so sonst treffe ich ab und zu mal ja keine Ahnung so ein paar Bekannte da ich die Anteil der Community ja schon recht gut kenne und sie mich dann würde ich sagen halten wir mal kurz rein doch ich hab gedacht der andere wäre down aber jetzt ist er down ok da konnte ich jetzt nicht mehr ganz so viel machen ich glaube ich hätte lieber wegrennen sollen aber naja mit 4 zu 1 möchte ich mich eigentlich nicht beklagen ist wie ich finde eigentlich ok klar man kennt es besser von mir ab und zu aber wo kann ich jeder Tag leicht sein ich hätte jetzt mal ne gehen wir jetzt noch nicht down die Granate könnte ein Kill machen jawoll war eine recht coole Granate eigentlich jetzt haben wir ja die Flints L9 die jetzt mittlerweile von der Community auch schon als Nubig abgestempelt wird ich finde die M9 einfach voll ok sie ist natürlich ein bisschen OP mit dem Blindfeuer kann man nicht sagen also Blindfeuer ist schon ja ein ganz schön starkes Ding ähm ja da sind vier Gegner oder fünf und ich rätige chillt weiter aber naja ja kannst nicht so ich gar nachwerfen wie ich ne ähm den müssten wir bekommen jawohl so weg ist der und ich schütze da ich lauf da jetzt weg ich lass mich durch tschüss warum ganz einfach weil ich schätze mal dass sie von hier kommen werden und hab ich richtig geschätzt ja so ziemlich weg ist der Kollege das ein war auch ganz okay natürlich nervt mich jetzt nicht mehr als ich mag bin aber ja kann passieren ähm ein Hammer habe ich jetzt halt das ist natürlich gut für wenn man mag das ist ein Hammer eigentlich nicht schlecht weil ich da habe ich ja halt Vorteile habe logischerweise aber auch manchmal Nachteile also das liegt immer auch liegt immer an der Situation ob man Vorteile oder Nachteile hat ja lol lol der hat mir Headshot gegeben durch die Wand krasser Scheiß übrigens ich hab dieses komische Spotten drin aber ich spotte nicht irgendwie spotte ich nicht gern und ich find Spott irgendwie assi und außerdem ähm manchmal wird man durchspotten weil wenn man gespottet hat wird man gekillt und das find ich irgendwie so unnötig und ja das find ich irgendwie so unnötig lass ich's am besten gleich sein boh wer dein miau lol wie ich keinen gekriegt hab ja toll was soll ich denn da machen ey das war ja schon scheiße jetzt hier mit der Quick Boom ey ja jetzt renne ich in den Hammer oder Hammer die Quick Boom ist auch schon weg na ey das war ja geil schon haben wir einen 9-4 Mann kotzt naja würde ich sagen nehmen wir die Gmall mit der Gmall spiele ich im Moment auch recht gern ist eigentlich eine recht gute Waffe aber ähm ja sie hat halt auch hä wieso kann ich den? ja natürlich alter Junge ne das gibt's doch gar nicht 9-5 ey ich bin von 9-2 ne gar nicht ein Kill hab ich ich krieg vielleicht gleich ein Anlocki ne dann bin ich ja richtig stolz auf mich ja da haben wir auch nen Kollege das ist doch schon wieder ein Witz hier alles ey das können die doch schon wieder nicht ernst meinen mit mir hört doch bitte auf mann ich bin auch sensibel ok das war ein Fehler das er da runterfällt glaub ich oder ein Fehler für mich ich bin auf ihn Bärm Junge in dein Gesicht in dein Gesicht hinein ja ich ja das war so ne Anspielung vielleicht hat er noch verstanden ich glaub er nicht da macht das ist mir auch so ein bisschen Schnuppe Mama ich muss schießen und das war natürlich ein bisschen knapp aber naja super die spielen auch so krass im Team die Gegner ne wir reden hier so wie die blöden Roben und Klaß uns hier zerschießen und die stecken sich hier gegenseitig und so das ist natürlich das ist natürlich schon besser ja bitte nicht töten ja nix töten nix töten okay töten töten nicht gut so Kollege du kommst jetzt mal mit auf mein Killboard jawohl frag mich nicht was ein Killboard ist es ist halt ein Killboard so der müsste ich auch bekommen jawohl haben wir ein bisschen verkackt das eben aber jo kein Ding ja das nein ey was ist das denn für ne Scheißwaffe oh mein Gott einfach so hinterher nochmal schießt das ist halt verkrüppelt ey na jetzt haben wir ne Mac würd ich mal sagen warten wir auf oh Gott so weg ist der Kollege jetzt müssen wir weiter rennen weil da war einer weil da war einer Mann ähm auf jeden Fall ist es heute eine recht lange Folge und ich hoffe sie gefällt euch ähm ja noch mal was so wie viel das Auto wird hier was wieder verkackt sein wird aber ich kann's nun mal nicht ändern ihr Lieben ich kann's im Moment echt nicht ändern ey lol man Teammate Kill schießt mich wieder am 2 Schuss ab ich kann nicht weglaufen und hat er toll gemacht der Affe ey äh ja ist noch so naja egal einfach da oben nochmal ne Nate hin ja hat sehr gut geklappt mit da oben jetzt nimm noch die Granate ey ich hab das ungute Gefühl genau das Gefühl hatte ich nämlich ich hab das wirklich das ganz ganz ungute Gefühl dass die hier warten ja ja der nicht der nicht denn lauf weg wir kommen als Quick Boom halloi ha 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 wie geil ist das denn ha 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 ich hab mir so gedacht dass eine Quick Boom einsetzt ich hab das bei der Tipp vorhin der auch ein Double gemacht hat mit der Quick Boom Oh jetzt kann man sich wieder darum streiten ob die Quick Boom nubi ist oder nicht ich weiß nicht was ich davon halten soll ich finde das ist ein ganz normales Kickback oder ein ganz normaler Kickback ich finde jetzt nicht wunder wie gut und auch nicht wunder wie schlecht also ist mir eigentlich völlig gleich wie wir beide einfach nur die die Hämmer haben wollten ey und ich hab die Hämmer immer noch nicht gekriegt gibt's doch gar nicht also ich muss wirklich sagen Leute die Quick Boom an manchen Stellen ist ja sehr gut wenn man zum Beispiel 2-3 Gegner auf dem Stück hat rennt man rein und wirft man Quick Boom ist natürlich dann hat man natürlich übelsten Vorteil ja ich sterbe für die Hämmer auch schlau gemacht auf jeden Fall dann hat man halt übelsten Vorteil manchmal kann es auch sein dass man mit einer Panzerfaust und 5x kill macht wenn ihr gut steht dann ist ja natürlich wieder die Panzerfaust nubig also ich finde es gibt meiner Meinung nach nichts nubis in Uncharted ist einfach so es kommt alles nur auf den Spieler an ich kann ja mit der K7 zum Beispiel kann ich ja auch zielen denn ist sie ja zum Beispiel auch nicht mehr nubig wenn ich ziele mit der Waffe es kommt halt immer auf den Spieler drauf an also wenn der Spieler jetzt blind feiert dann ist es ja halt der Spieler aber dann ist ja nicht gleich die Waffe nubig Okidoki haben wir noch mal so was richtig politisches am Ende gesagt egal ob das politisch ist oder nicht wir tun einfach so um ja die Grunde ist die Minute die Runde ging 23 Minuten nicht ja nehmen das jetzt einfach mal so als klein entschuldigen dafür dass ich das und inzwischen so verkackt habe und ja ich hoffe es hat mich recht gut unterhalten ja wenn es euch unterhalten hat gebt dem Video doch bitte einen Daumen nach oben oder ihr mich unterstützen wollt das hilft wie immer recht 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 gut muss ich sagen ja natürlich negative Daumen negative Daumen nach unten natürlich auch auch okay aber schreibt mir bitte was euch nicht gefallen hat weil ich möchte letztendlich verbessern und ja da kann ich ja nichts verbessern wenn ihr das Video nicht schreibt also möchte ich bitte bitten dass ihr den da unterschreibt unterschreibt und unterschreibt ja keine Ahnung Joom das war's noch so weit ich verstehe immer noch nicht warum ich nicht auf das auf dem auf dem Bord hier angezeigt werde ja größer nicht lieber Loka und dann würde ich sagen ihr Lieben schaltet rein wenn es zu bereist anschaut 3 live commentary und dann wünsche ich euch vielleicht habt ihr auch Ferien äh noch ein paar weitere schöne Ferientage ihr werdet ab und zu von mir wahrscheinlich hören oh Entschuldigung ich hab nichts getan und dann bis später oder bis dann ach ja ich wollte ich noch mal ganz kurz was zeigen damit jetzt auch nicht Leute sagen ey Feil was glaubst du für Scheiße bei Lefid für das gibt's noch lange nicht was geht denn los mit dir ähm ja gut hier haben wir bei Lefid 4 Beta wie man das bekommt aber dazu möchte ich jetzt nicht ganz so viel sagen das könnt ihr auch selber erfahren wenn ihr einfach ein bisschen ließ und ein bisschen schlau macht wisst ihr wie das bekommt könnt und ja wie gesagt jetzt aber auch danke fürs einschalten euer Final B und ciao und 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 und